heute habe ich mir einen ganz speziellen gast eingeladen und zwar ist es mein buddy die gut und malberg gut und ich sind in einem in einer online schule über den weg gelaufen haben beschlossen wir zwei haben ein gleiches thema bei mir ist es ein mini mini hobby gut drohen darf ich jetzt sagen und ich weiß dass sie das nicht gehört ist aber ein star in diesem bereich ja sie stellt ihr lichter immer ganz gern unter den scheffel aber ich muss sozusagen die gut ruhen ist eine bauchtanz größe der bauchtanz star in welchen ja und da sind wir uns über den weg gelaufen mit unserem gleichen thema es geht hier um die frau und was frau sein bedeutet und wo kann man es denn besser ausdrücken als im tanz mit musik und vor allem im bauchtanz gut run schön dass du da bist ich freue mich sehr ja ich freue mich auch dass ich hier bin dankeschön ist ja schon das zweite interview das wir führen aber dieses ist ja ganz anders ja es ist auf einer anderen basis und viele kennt ich ja und ich würde jetzt gerne mal wissen wie ist denn so deine geschichte einfach mal wo du einsteigen möchtest was du erzählen möchtest von damals bis jetzt ja also meine geschichte ist natürlich lang mal sehen ob ich da was zusammenfassen kann ja ich würde mal sagen die hat angefangen da war ich zwölf oder 13 ich war als kind ging ich immer in die kirche habe gebetet und so und mit zwölf lag ich irgendwann mal abends im bett weil abends hatte ich immer von meiner mutter gelernt damit gebetet ich bete und dann wurde mir klar da antwortete doch keiner so ein quatsch da haben die mich doch früher vielleicht belogen also ist vielleicht alles einfach von erwachsenen erfunden wie so viele sachen weihnachtsmann nikolaus und solche das ist alles eine erfindung es gibt nichts und dadurch bin ich dann in so eine art tiefes schwarzes loch gefallen als wäre in mir so eine verbindung abgebrochen oder so ein glaube und ich bin dann also es ist ja auch die der übergang in die weiblichkeit das war bei mir ganz 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 kompliziert also da hatte ich kein vernünftiges vorbild wie das auch bei uns in der familie so funktionierte und dann habe ich so richtig angst bekommen davor und bin dann eben magersüchtig und polemisch geworden lange 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 und hatte dieses innere diese innere dunkelheit diese innere angst da in ein loch zu fallen und auch die angst habe ich mir gedacht ja okay das muss ich verstecken dass das sehen alle es schien mir so als wäre ich so nur noch so ein schwarzes loch und alle würden es sehen und dann habe ich mir so eine fassade aufgebaut und die fassade war einfach leistung zu sehen dass ich die klassenerste war dass ich im ballett machte ballett im ballett ist das ja auch so eine sache was bist du da bist du keine frau da hast du choreografie disziplin du musst den körper trainieren damit er dir zu dem befehlen kannst der macht was du willst und in diesem bereich war ich da irgendwie so und in ballett war ich zu rund ich hatte nicht diesen ballett körper weißt du mit diesem langen arm langen bein und dann habe ich gedacht da muss da muss ich hin ich will da auch die erste sein bin ich aber nicht geworden nur einmal bei so einem ausdrückstanz da war ich dann total happy aber das war alles irgendwie so unbewusst und dann habe ich mich aber habe ich vor anderen irgendwie angst gekriegt wenn die merken dass das nur eine fassade ist hat auch keiner gemerkt hat irgendwie haben alle gedacht ich werde die glück der glücklichste mensch des lebens und das war aber ich meine wenn man magersüchtig ist vielleicht ist jede geschichte ganz ganz anders aber für mich war es dann irgendwann so mit 16 16 17 war es ganz schlimm da bin ich auf 47 kilo runter und ich bin 1 65 groß und ich kam dann nicht mehr richtig die treppe rauf und dann ging bei mir so alle weil ich so gerne tanzte und so und ich dachte das tanzen gehört bei mir zu meiner fassade das darf das das darf nicht runterfallen ein bisschen muss ich mehr wiegen damit damit ich die treppe wieder hochkomme und damit ich kein herrsklavaster kriege also tanzen war dann schon mal dieser würde ich sagen dieser rettungsring dieses irgendwie was mich da schon schon abgehalten hat davon noch mehr in die tiefe zu gehen oder oder noch mehr dünn zu werden und dann ja dann hat dann ist irgendwie was magisches hat angefangen meinem leben zu funktionieren mit 19 habe ich ganz über ganz naja merkwürdige art und weise jemanden gefunden der meditierte und der mir das beigebracht hat und das war irgendwie der anfang würde ich sagen zu einem anderen leben zu irgendwas magischem was sich da eingeschlichen hat vielleicht habe ich es auch so 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 ins universum gerufen dass es zu mir kam so denke ich war es auch und dann habe ich gelernt dass in mir so eine tür ist wo licht ist liebe ist frieden ist wärme ist und die tür kann ich aufmachen dann ging es aber darum eine stunde pro tag meditieren das habe ich nie hingekriegt da war also wieder mein leistungsdruck du bist da habe ich mir gedacht um gottes willen gut und wie blöd bist du denn du hast es dir versprochen du kriegst das nie hin dann bin ich also ich hatte ja immer noch diesen tanzkurs und alles nach belgien gezogen weil ich mich da verliebt hatte und habe gedacht naja tanzen muss sein in meinem leben habe dann aber nichts passendes gefunden weil ich mache da auch wie heißt das bei mir ist es ist ich rede jetzt mehr französisch für deutsch gesellschaftstanz wie heißt das tango diese sachen ja weißt du was ich meine standard tanz standard tanz genau standard und light time ja und da hatte ich sehr viel trainiert auch für wettbewerbe und so und ich nach belgien und kommen so einen kurs also vom niveau her war der so tief und dann stand dieser typ und wollte mich nur anmachen und gesagt um gottes willen das will ich hier nicht ich will tanzen ballett ich war 23 ich war zu zwar zwar nicht dick aber ich habe mich immer als zu dick empfunden und gesehen ich hatte dieses bild in mir und dann arbeitete ich in so einer bescheuerten arbeit ich immer gehasst habe sie mir war lange geblieben und die kollegin sagte mir gut und mach doch bauchtanz und bei mir zu hause in deutschland machten alle weiber bauchtanz und ich habe gedacht ich spinnen total aber irgendwie bin ich dann das hatte ich auch glaube ich in dem in dem video was wir schon mal gemacht haben erzählt und ich bin dann dahin so weißt du hochnäßig also ich bin ja ballett tänzerin ich würde so einen quatsch nicht machen aber irgendwie ich musste tanzen und ich hatte kein ich hatte schon so viel ausgesucht mir gefiel gar nichts ich habe da hinten gesessen so hat mir diese kuh stunde angeguckt und diese libanesen die machte so eine bewegung und ich habe gedacht naja also ein bisschen mit dem hintern wackeln also das kann es nun wirklich nicht sein und dann war die aber so lieb und sagte zu mir gut und nächstes mal musst du kommen musst du mitmachen also nur zugucken da wirst du es nicht erfahren und wie ich dann mitgemacht habe ich meine die musik die liebte ich sowieso schon also der mensch der mir das meditieren beigebracht hat der war nämlich aus marokko und da war ich gewesen in der familie und habe dann diese atmosphäre in so einer arabischen familie kennengelernt wo die frauen zusammenhalten die sich hinsetzen und zusammen tanzen ich konnte das natürlich nicht aber die liebe zu dieser musik die hatte ich schon und ich fand das so toll dass wie die was welche gemeinschaft die frauen hatten das kannte ich auch nicht und dann ja dann konnte ich in diesen bauchtanzkurs nichts ich war nur kontrolle nur disziplin nur fassade ja und 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 ich konnte das nicht bei bauchtanz da geht es um die um improvisieren verbunden sein mit der musik sisterhood solche sachen sind da und es ist nicht schlimm wenn es nicht perfekt ist es ist total egal wie du aussiehst es ist egal ob du alt oder jung bist es geht um diese weiblichkeit und da war ich ja überhaupt nicht ich war ja in ganz was ich meine dass die weiblichkeit die war ja immer noch nicht so besonders toll und auf jeden fall wenn sie da war dann auf jeden fall unbewusst habe ich immer als zu dick und hässlich empfunden wenn ich in den spiegel guckte dann waren bei mir nur die 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 mit 23 habe schon die falten gesucht und und mich immer also also irgendwie gab es nur zu kritisieren und der rest war fassade wie ich mich anziehe oder oder eben es ging eigentlich alles über den tanz ist da alles aufrecht gehalten ja und dann so wie das leh selbst lange gebraucht man vier kinder gekriegt das war für mich etwas schreckliches zu anfangen weil das machte mir wahnsinnig angst wie man dachte kinder da kann ich gar nichts mit anfangen gute mutter werde ich auf jeden fall nicht ja das ist also ich war verliebt in diesen menschen und der wollte unbedingt kinder ich wollte aber nur ihn ich wollte keine kinder und ich war fest überzeugt wenn du was so sehr nicht willst dann wirst du nicht schwanger so ein quatsch ne aber jeden fall ich war davon es war natürlich auch nicht ganz ehrlich aber ich war davon fest überzeugt ich habe gedacht dass schwanger werden das wird nicht gehen bei mir der liebe gott oder wer es auch immer ist da oben der wird das merken dass ich da nicht hingehör ja von wegen manchmal braucht man nur mal schief angucken da werde ich schwanger und ja und das war aber ich meine ein wunderschöner war es nur ein umweg ich habe damals gedacht das ist ein umweg aber das ja ich meine dass es war 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 das war der wahnsinn ich muss auch ich muss auch zugeben die ersten fünf mona bei meinem ersten kind ich habe jeden tag gesessen und geheult mir war es eigentlich nicht besonders schlecht oder so und habe gebetet dass der weg geht ich wollte den nicht ja und dann dann das war also dass das war für mich ein dicken bauch kriegen das war für mich der horror dass das ging nicht der bauch der musste platt sein und in existenz man damals wusste eine geschichte zurückgeht ja für mich war da nur nichts von wegen das ist dein zweiter dein zweites gehirn oder oder gefühle und so da war ich ja von abgeschnitten das habe ich auch noch nicht so erzählt aber ich ich finde ja so ehrlich kann ich kann echt halt immer wunderbar weil das kann man kann es nicht verstellen also es ist schon die geschichte ist toll danke dafür bist du denn auch für den weg den du gegangen bist bist du eigentlich kritisiert worden also wenn mich jemand kritisiert hat 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 er das so gemacht dass ich davon nichts weiß ich habe einmal weil ich habe ja dann angefangen bauch kannst kurs zu unterrichten bauch kannst zu unterrichten weil meine lehrerin die ist weggegangen nach zwei nach einem jahr und die sagte gut übernimm doch meinen kurs ich habe gesagt spinnt ihr jetzt hier total na ich hatte ja immer noch diesen perfektionisten und ich habe dann also ganz 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 viele schüler gehabt das wurde mit shakira dann auch ganz moderner bauch dann das war also dieses timing war so toll und sowieso das timing war immer total toll in meinem leben ich weiß auch nicht wie das funktioniert der bauch dann zuerst wo ich angefangen habe ich wollte das gar nicht machen ich habe für mich selber trainiert in so einem raum der lehrbar bei uns auf der arbeit im 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 keller da war so ein weiß ich nicht so ein so ein archivraum da habe ich trainiert der war leer jeden tag trainiert und und dann wohnte ich irgendwo und dann war da ein tanzstudio und eine freundin von mir unterrichtete da und die hat damit aufgehört und dann hat die gesagt ja nimmt doch die kuh fragt doch die gut und das kann ich nicht aber das mache ich wohl und ich habe dann gehört ich meine ich habe so viele schülerinnen gehabt ich habe einmal gehört jahre später dass eine frau gesagt hat nicht der gudrun da gehe ich nicht mehr hin die ist zu kalt die ist zu diszipliniert jetzt bin ich natürlich auch deutsche in belgien wo also bei den französischsprachigen ja eine ganz andere mentalität ist und wenn ich da so direkt bin und dies sehr dies ich war auch immer sehr diszipliniert auch die also ich meine wenn du bei mir da bauchtanz lässt dann musst du arbeiten du kriegst ja nicht den bauchtanz einfach mal so ich wackele mal hier und wackele mal da da hast du technik ja echt ja ich meine jetzt ist es anders aber trotzdem ohne arbeit ich sag immer bauchtanz brauchst du zehn jahre und wer eine andere meinung hat der kann es vergessen genau weil das ist eine innere entwicklung also wenn du innerlich schon so total in deiner weiblichkeit bist und du bist total strahlend ich habe auch so eine schülerin gehabt die kam daher die ist aufgetreten bei mir in der show für schülerin also war das okay nach nach september die show war im 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 mai oder so noch nicht mal ein jahr unterricht die hat sich hingestellt die war total dick kostüm ich habe angst gekriegt vor diesem kostüm da wäre fast bald etwas rausgeplupst ja also die hat in keinster weise dahin gepasst dass wir sagen würden das ist ein schönheitsidol aber diese frau hat eine ausstrahlung das jetzt hatte heute noch und die ist mit dahin und wie gesagt die hat mal ein bisschen rumgewackelt mehr war es vielleicht noch nicht sie hatte einen erfolg in dieser show die leute waren wild und da ist was interessantes und dann trotzdem habe ich gesagt also wunderschön du hast die ausstrahlung aber jetzt kommt die technik weil wenn du das wirklich seriös machen willst dann dann gehört die technik einfach dazu sonst ist es nicht so schön es ist ja also ich hatte ja vielleicht drei jahre unterricht aber ich fühle mich nicht als könnte ich bin es da ist geworden weil ich lange nicht mehr gesehen aber ich gebe dir schon recht wenn man die musik geht und du fängst dann abends schultern also wie es ja auch in fleischem blut dann geht es kurz kurz lang du hast im kopf drin ja und das ist ja auch eine schöne überleitung wenn es kommt zu dem secret feminine was du jetzt machst ja wann du bist ja im coaching bereich genauso wie ich du hast da deine nische gefunden du hast deine schandorra du hast das secret feminine braucht das gehört ja zum ausdruck einfach dazu dass man sagt mensch ich gehe jetzt in diesem bereich rein alles was frau sein bedeutet wir wissen ja das frau sein heutzutage für mich schon manchmal zu kurz kommt das warme das weiche das weibliche das frau sein ja einfach das was was du ausdrückst was ich auch ich ausdrücke wir sind ja aber trotzdem kommt dieses frau sein zu kurz lehrst du das dann in deinen coachings und in deinem unterricht dass du sagst achtet mal wieder auf deine frau ach also was ich finde ist dass die frauen in der heutigen zeit denken sie müssten mit den männlichen und wird als wird fast yin und yang sagen weil es ist schon so dass man heute die männer verteufelt und da bin ich wahnsinnig dagegen das geht nicht für mich geht das gar nicht das ist überhaupt kein weg wenn du einen verteufelt da kommst du wieder in so ein schwarz weiß also wird ja vielleicht eher sein diese young energie also diese was wir als männlich bezeichnen wird die frauen denken sie haben erfolg nur wenn sie sich wenn sie kämpfen und das geht das ist das ist für mich der falsche weg gott weiß wie lange habe ich nur mit mir selber gekämpft und wenn ich damit aufhören kann und wachsen kann mit dieser ganz anderen stärke da gibt das eine übung die kann jeder mal machen kann ich dir ja mal zeigen die ist so toll so einfach machst eine faust gehst hier hin und dann machst du ganz ganz stark bis dass das zittert und dann versuchst du deinen gesichtsausdruck ganz weich ohne ohne verspannung zu halten da hast du die kraft die kommt nämlich ganz von woanders die ist nicht mit dem verbissenheit mit zu haben ich muss hier kämpfen das ist eine innere kraft und die hat die absolute weichheit und dann musst du nicht gegen jemanden kämpfen da kannst du für etwas kämpfen und wenn wir das machen wenn wir die männer da mitnehmen die brauchen dass die brauchen genauso viel heilung wie wir als frauen brauchen und wenn man da mal runter kommt von diesem pferd und denkt ich muss gegen die männer das sind hier die bösen mein da wird ich jetzt hier ganz moment mal gut und es ist mir was ganz peinliches passiert ja muss meine stecke reinstecken sonst ist der akku weg das ist professionell setz live eine sekunde ich mach mal in derzeit trinke ich was ja das ist einfach so wir sehen sie auch ganz menschlich ohne stecker geht da die energie weg dafür ist sind wir live passiert sowas ich gebe recht diese diese kampf energie du hast recht ich frage mich auch wie so eine frau in einer männerwelt wie ein mann kämpfen muss als ich würde in einer männerwelt wie eine frau kämpfen welchen überhaupt kämpfen würde ja weil die weibliche ausstrahlung ist ja das andere ist ja dieses intuitive was wir frauen ja eigentlich haben gerade sagt okay eine frau ist ja immer sehr intuitiv ist ja auch das was ich koche das machst du ja genauso auf deinem genau das und das ist ja einfach eine die weibliche kraft also ist ja bei mir auch wenn ich jetzt im coaching gehe ich bin ja auch so und sagt wo stehst du als frau sinnfindung wo bist du was ist warum oder warum bist du hier oder was möchtest du was diese 3w fragen das ist ja bei dir genauso was warum wie das ganz ganz elitär und ich muss ja so sagen die guterin ist ja auch selbstständig unterrichtet frauen und coach auch und ich sag uns mal auch für unsere zuschauerinnen mit was für problem hast du in der selbstständigkeit meine selbstständigkeit abgesehen dann von dem was ich unterrichte genau ach gotti also selbstständigkeit ich bin ja erst selbstständig seit letztes jahr september ja aber du hast ja schon du hast ja schon vorher gemacht du hast ja auch schon neben also nebenbei hast du dich ja ja also ich habe angefangen ich hatte ja so eine art burnout brownout wie du das immer nennen wird so eine overdosis von der arbeit wo die für mich keinen sinn machte dich immer gesagt wie schon gesagt hat gehasst habe eigentlich die kollegen waren toll aber die arbeit machte für mich überhaupt keinen sinn zum glück hatte ich das tanzen und dann bin ich also davor 19 2015 hatte diesen zehn monate aussetzen und da habe ich mir dann die richtigen fragen gestellt was will ich eigentlich wie was ist der bauchtanz was macht er mit mir warum ist der mir so wichtig in meinem leben und bin auf diese art und weise in dieses sacred feminine gekommen eigentlich habe ich zusammen geschmelzt das meditieren was ich gelernt habe und alle anderen techniken und diese innere lehre und das was ich immer habe ausdrücken wollen aber was der bauchtanz eigentlich nicht da nicht so nicht anbietet wie ich ihn gelernt habe so wie ich ihn jetzt unterrichte hat das wieder diese dieses sacred feminine ist für mich eine verbindung zu dieser inneren wahrheit dieser inneren kraft und das kann man ganz leicht unterrichten und ich bin an also 2015 habe ich ein coaching gemacht für zu sehen was meine lebens meine berufung wäre und habe dann eine vision gehabt und von dieser vision die war glasklar die habe ich überhaupt nicht kapiert habe sie nur gesehen aufgeschrieben angefangen zu lernen die elemente die da drin sind was ist das was ist das was ist das und habe tausend bücher gelesen und jeden tag wie ein buch also ich konnte mich gar nicht mehr aufhalten meine eigene daraus meine eigene methode entwickelt und angefangen schon mit leuten mit frauen zu arbeiten und dann immer mehr gelernt was was macht die mit also ich habe es gar nicht selber fassen können wie powervoll diese methode ist das war für mich sehr erstaunlich und dann habe ich letztes jahr im september gedacht okay jetzt gehe ich da full in und mache das die probleme die ich gehabt habe ist echt witzig weil ich war so aufgeregt im september jetzt endlich nach 30 jahren kann ich meine berufung leben ist das fantastisch du konntest mich nicht mehr anhalten ich kann nicht ins bett weil ich wollte so viel machen ich stand morgens um sechs so auf ich war in so einem modus und wie gesagt gut wenn du so weitermachst dann die energie ist und trotzdem nicht unendlich muss ich irgendwann mal sehen okay man muss auch mal ein bisschen pause machen und ich musste von dieser mentalität und das ist auch was sich widerspiegelt bei meinen kunden jetzt als tanz lehrer war ich mit kunden beschäftigt die meistens sich nur amüsieren wollten sich wohlfühlen wollten ich will mal so ein bisschen tanzen damit es mir besser geht ja und in der moment und dann wenn ich unterrichte oder coache da kann ich sagen ich will mal so ein bisschen dass es dir besser geht weil ich bin dann businessfrau und dann komme ich in eine andere mentalität dann muss ich nämlich nicht nur gut und die tänzerin gut und die tanzlehrerin sein oder coach dann bin ich die businessfrau und dann komme ich in so eine ganz ganz andere welt eigentlich und das ist interessant weil was kann ich mit meiner eigenen methode machen wenn ich jetzt selbstständig bin wie sieht es aus mit meiner intuition wo gehe ich welche entscheidungen treffe ich denn überhaupt wenn ich dran glaube oder ist auch praktiziere was ich mache stehe ich morgens auf und mache mir nur sorgen wo der nächste kunde herkommt oder wie ich geld verdiene oder stehe ich auf und verbinde mich mit meiner inneren kraft verbinde mich mit dem mit der mit dem leben die wörter kann man ja austauschen wie man sie will und 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 empfange das und bin auch in dieser in diesem flow da drin kann ich das als businessfrau und wenn ich das dann selber also ich meine das ist auch das war ein ist immer noch ein wahnsinns und eine wahnsinns reise für mich weil ich habe natürlich da haben wir uns auch kennengelernt gedacht okay gut rund wieder mal perfekt wir machen jetzt einen marketing kurs dann wer machst du diese ganzen marketing bekriebs krams den ganzen meine stellen die so tolle fragen wie was ist dein idealer kunde dann sagen sie dir macht dies und das und ich kann das wunderschön machst du mir eine checkliste wird das alles gemacht wenn ich da nicht da rein wachse innerlich ja wenn wenn die energie da innerlich nicht drin wird also nur mit dem kopf bin wieder mal dann funktioniert das sowieso nicht also ich glaube das ist auch bei dem ganzen marketing ich habe festgestellt ich höre mir ja auch viel an und ich finde die phase wo momentan ist es ist dreht sich ja immer und jeder macht immer irgendwo das gleiche als momentan ist wieder so viel coaches überfluten den markt ja und jeder hat einen jungfräulichen gewerbeschein habe ich gestern gehört ich habe mich ein bisschen kugeln müssen verlangsam verlassen weil er gesagt hat da kommen 20 jährige mit dem jungfräulichen gewerbeschein das mit dem hier zählen er hat ja irgendwie recht aber weißt du was ich festgestellt habe gerade im coaching oder online marketing oder sonstiges dass jeder den weg fg schmerf schnell verkaufen viel geld kassieren oder fehlt mir das herzblut weil ich sage beziehungsweise ich finde wenn man coacht dann sollte man mit dem herzblut und seine persönlichkeit dabei sein und diese persönlichkeit ist das was dich ausmacht ja und wenn dann bis es keine persönlichkeit hat kein faszinierendes aha wo du steckst hat es doch keinen wert dann schwimmst du mit jedem mit und was passiert dann du bist irgendwann unter und deswegen ist ja dein métier finde ich so ein bisschen faszinierend weil es ein bisschen anders ist als andere ja weißt du warum ich kann es dir genau erklären wenn du auftrittst ob du nun im bauch tanzt oder egal wie tanzt oder was auch immer du trittst auf und ich habe das ja so unterrichtet da stehst du und ich habe es ja auch letztes vor zwei wochen selber erlebt da bin ich nach 15 jahren das erste mal wieder aufgetreten ja also und stehst du hinter diesem vorhang und vielleicht bist du die erste die auftritt oder vielleicht hat schon jemand vor dir aufgetreten egal wie es ist es ist nie gut weil wenn damit zu denken gott im himmel das publikum hat total ist jetzt total schon warm und so ist gut für mich oder du denkst mensch der hat besser getanzt und was bringe ich jetzt was immer irgendwie diesen lampenfieber und mit je nachdem wie selbstsicher du bist oder wo du denn bist dann fühlst du dich hat das lampenfieber ist damals könnte man sagen lampenfieber ist toll also das bringe ich dann auch den leuten bei wie kommst du mit wie wie kommst du ganz leicht aus dem lampen und lampenfieber ist gut wie kannst du es akzeptieren was machen wenn du dann auf der bühne stehst und einfach nur eine choreographie vortanzt und dann hast du schon wieder die fassade du hältst dich da dann fest und innen bist du leer keine ausstrahlung nichts ob du das mit tanzen nach oder ob du das mit einem business macht oder ob du das mit einem vortrag machst es genau dasselbe du tritt eigentlich erst auf die bühne und auf wenn du erst mal in deinem in deiner inneren wahrheit bist und genau weiß welche geschichte du da erzählst und wenn du wenn dein ziel dich zu verbinden mit dem publikum und dein und die freude daran wenn das genau wenn das größer ist als die angst dass du es nicht richtig machst oder auch einfach denken nur an dich denken wenn wenn dieses andere größer ist die freude und die verbindung zum publikum was du daraus bringt wenn das größer ist dann schaffst du das und sonst bist du einfach null und das ist genau so null null ist nicht genau nicht 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 nett das zu sagen aber jetzt stell es dir mal vor du hast eine null und du hast eine eins wenn du die ein wenn du die null hinter die eins setzen gibt es zehn wenn du die null davor stellst bleibt es immer noch null und du wenn du wenn du das wenn du das höher bringst dann kannst du was dann kannst du was bewirken und das ist das einzigste was jemanden interessiert was ganze denn für die anderen tun mit dem was du alles erlebt hast und mit dem was die freude die du hast mit allem was du machst und wenn das in der richtigen stelle ist dann kannst du auftreten dann kannst du reden dann kannst du dein business haben und dann hast du auch keine großartige angst mehr und ich glaube da muss jeder hin egal wo er steht aber nur einfach nur aber ob er ein business haben will oder wenn ich sag mal wenn es das geschäft nicht lebt und wenn deine persönlichkeit nicht dahinter ist es ist null wie du sagst und wir haben ja schon null erlebt es ist ja nicht so dass wir das ja ja genau einige nulls erlebt auf dem lot genau das ist es ja und wo wir einfach sagen nee so wollen wir es nicht machen ja es muss anders gehen und da ist ja mal also bei mir ist genauso bei dir herzblut dahinter herzblut einfach den menschen zu helfen ja kommt von punkt a zu punkt b und ich gehe ich führe dich ich nehme ich auch in der hand ich führe dich auch über den steg dafür coachen wir beide das ist herzblut und das unterscheidet auch von den anderen meiner meinung nach ja da habe ich ja auch keine ahnung was ich mache und ich finde das immer so total total toll ich belege alle möglichen kurse wo ich weiterkomme und alles was da passiert da lerne ich von wenn es ein coach dann nicht richtig macht dann denke ich okay so werde ich es nicht machen danke dass du mir gezeigt dass wie man es nicht machen soll weil ich nämlich weiß wie ich mich als kunde fühle wenn du es so machst und also finde ich total und was bei mir natürlich finde ich was ich so bei meinem business oder meinem was ich mache so sehr liebe dass ich einfach den körper mit einbeziehe das ist bei mir immer das thema gewesen und ich finde der körper ist das allerschönste und das allereinfachste der der kann nicht lügen der ist immer in hier und jetzt und der hat eine wunderschöne erinnerung an alles ob es nun gut oder schlecht war und du kannst ja reingehen dann bewegst du den körper und der spricht und wenn du das mal lernst dann hast du es so einfach wenn du da auftreten willst da kann der über den körper kannst du dich verbinden mit allem mit oben und unten mit allem und dann bist du authentisch und es ist so einfach und dann denke ich immer mensch wie einfach ist es eigentlich und freue mich dann immer nur wenn das so schnell geht wenn ich mich kunden arbeite man du machst ja hypnose und da fand ich habe ja auch schon mal mit dir gearbeitet was du ja gemacht das ist dieses dieses bild bei mir da rausholen dass ich mich immer dick fühle jetzt kann ich mich vor den spiegel stellen ich glaube wenn ich zehn kilo zunehmend ich fühle mich ich sehe ich sehe mich nicht mehr als dick und das ist ja auch total powerfull bei dir was du da das kriegst das kriegt man mit meiner arbeit eben nicht hin aber so irgendwie das ist alles komplementär wie sagt man das auf deutsch ja und ich finde es wahnsinnig spannend alles ist spannend ich denke da sind wir auch bei dem punkt jetzt wo man ein bisschen abschließen können es ist alles eine reise zu dir alles was du tust man macht es nur für sich ja egal ob du als kunde jetzt da bist oder als coach arbeitest du hast punkt dass alles was du tust ist immer nur für dich und die welt die ist für dich das leben ist nicht schlecht das leben ist immer für dich auch wenn es manchmal ein paar stolper steine gibt die gehören ja dazu und hast du zum abschluss noch mal für unsere damen die zugeschaut haben so kleinen tipp hinweis was du gern mitgeben möchtest was du sagst mensch das wäre jetzt wichtig noch mal zu sagen wird auch eine kleine übung oder irgendwas ja ich meine übungen gibt es natürlich sehr viele und bei mir sind sie leider auch französisch kann da keiner auf meinen youtube gehen oder so sei denn er kann französisch ich würde einfach morgens mich hinstellen entweder auf dem boden also auf jeden fall ohne schuhe strumpfe oder barfuß egal und einfach mal den körpers kann einfach mal hinstellen stehe ich gerade wo stehe ich vorne hinten einfach mal gerade stellen fühlen in den körper rein was ist heute los und wie fühle ich mich und dann einfach so verbinden bis dass das zentrum hast und dann einfach mal die ruhe fühlen den atem spüren und wie der körper lebendig ist und immer 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 kommuniziert von innen nach außen von außen nach innen und dass das so seine grenze zwischen endlich und unendlich ist und da bist du und das einfach mal jeden morgen sich hinstellen und wenn es nur zwei minuten sind spüren da rein spüren also das ist das einfachste was man so machen kann aber dann ist man schon mindestens einmal am tag lebendig gewesen und wenn man das dann öfters machen kann ist es noch besser das hört sich gut an natürlich verlinken hier deine seite und verlinken dann youtube channel es können bestimmt einige französisch und da kann ich natürlich auf deutsch machen aber wenn mit meiner webseite und seite französisch gibt ja auch übersetzungsprogramme ja ist ja alles einfach wenn ihr euch angesprochen fühlt von der gut und schaut mal auf ihre homepage und auf der seite und sie kann es ganz toll meine tolle frau und gerade alles was mit der sacred feminine zu tun hat ist ja auch eine tolle sache einfach die frau wieder spüren liebe gut und ich danke dir dass du da warst ja ich denke dir ich könnte noch stunden lang reden aber es ist schnell vergangen ich danke dir die wir bleiben verbindung alles alles liebe ja alles liebe tschüss